jo ihr lieben zu schau und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft sky border es ist wieder an meiner seite ich bin eins ist julian alter fällt wieder auf bevor bevor es wieder in der aufnahme so mega laut ist stelle ich dich mal leise wo sagt mir was wo ich bin es okay du gehst eigentlich jetzt noch klar und zwar leute wir gehen jetzt erstmal zu den nächsten inseln wir haben auch ein paar folge die wir zu erledigen haben aber die erledigen wir dann erstmal stück für stück ich hole mir jetzt ein bisschen bruchstein wenn mehr holz zu spüren es zeigt mir den nächsten block den wir öffnen können da alles kaputt gemacht wird scheißegal zeigt mir den nächsten block können wir den direkt öffnen ja den krasse sache ich baue mich hin was braucht er voll was kriegen wir denn dann ich glaube es kommt eine eis insel dort den inseln pass auf gell ich habe nicht damit gerechnet dass der tiere rauskommen aber ich sage erstmal die goldapfel mein ob wir die wahrscheinlich für einen erfolg brauchen aber ich hoffe mal nicht ja ich hab schon doch weil für was soll die sonst das worden ich meine was droppen den eishasen was was die anderen hasen nicht droppen können was ich glaube wir können uns von der aber müssen sollten die da kommen ich hasse diesen autosprung warum springt mein lol also wie die sonne aussieht warum springt mein typ immer immer egal über welche lücke er springt einfach drüber er kann nicht mal stillstehen brauche die hasen für eine suppe ja aber die wollen ja es für eine suppe aber die haben wir doch schon gemacht und es war dazugekommen ja die roten jedes stück ich das ist der rote wird eine rote beete suppe und die haben wir und wir haben rote beete bekommen so von dem her und jetzt müssen wir uns einfach nur noch zum nächsten erfolg bauen kommst du weil da ist die reich kämpfe gerade unten mit dem zong alter dann halt nicht das ist das zombie so uns safe alles ach so ein zaun brauchen keinen zaun weil die alle hier gestorben sind die diese liegt unnötig ich brauche mal das eis ab ja aber wir haben doch keine silkt hat spitz hat doch die gold spitz hat gewesen ach du bist es keine ahnung und es sind hier wieder jetzt nicht das eis gewollt machen liegt das eis gewollt man das ist dass sie dann wolf ich will den haben meine folge ich kriegte und du kannst mich bald hey lol was ist mit dem wolf passiert nee bitte sei nicht runtergelaufen wie kann es denn sein dass die wölfe mal runterlaufen nee hier steht da das sogar einer für dich alter schwede der weg hier ist ja saures kantor ich baue immer aus hoffentlich habe ich habe noch knochen wahrscheinlich übersehe ich einfach gerade knochen aber soweit ich weiß doch hier haben ich glaube wir müssen mal aufhören aus den knochen immer knochenmehl zu machen hey ich gebe dir mal hier fünf fünf hier ach fakt ist was komplett da kannst du dir auch einen hund holen eine mission so zack bumm oha alter letzter versuch hat geklappt da hinten steht einer irgendwo die rote bete mit diesem extrem wichtig für uns für die suppe die er muss ja unten mal an platz nicht morgen die extra erde weil dieses dunkle aussieht noch ein wolf noch ein wolf aber die insel ist doch nicht neu die hatten wir doch schon ich finde es aber ultra nice dass einfach auch die tiere hier immer nachspornen wo wir die nicht stehen und ich hab die der kann mich einfach begleiten aber ich glaube wir müssen dann bald schlafen ich guck mal auf den timer noch vier minuten dann würde ich sagen dann machen wir noch was produktives und zwar noch anbocken aber ich würde mal den erfolg machen gerne mit dem rote beten aber das mache ich ganz schnell das dauert mir eine sekunde wo ist der rote hier wo ist er denn ich bin ja hier kommt es auch am bocken glaube ich da kommen oder ja das heißt schlafen und nachdem noch zwei blöcke auf ok ok schlafen schlafen nicht mehr springen aber du bist hier nicht mal im bett kann ich mehr springen und du weißt ganz genau was es heißt noch mit der ich bin auch unterricht kann ich möchte kommen kommt her er gab mir nicht finden hatte was erst reingetan schiebt alles klar ich gebrochen mehr rote beete haben hier und wo abend aber nicht alles ist das anstatt zu können und brauchen halt wir brauchen sie halt nicht mehr das erfolge ich hier gut bekommen er braucht auch für folge müssen färben ja aber das sind solche ich glaube das sind so diese unfärbbaren blumen die richtig sind die schwulen blumen wir können hier einen erfolg machen so weil ich hier weiter zwei blöcke öffnen und karl aus hier ich komme und begleite mich würde ich nicht machen aber ich glaube der hund portet sich ja nach der der portet sich nachkommt wenn er nicht nachkommt rechts hier ach da schaffe ich den sprung bock und bitte nicht das war das dümmste eigentlich was du gemacht hast wo er ohne einen millionen millionen haben auch die müssen sofort anpflanzen so und hat es so glücklich haben nicht keine mehr um die allgemeine bis 30 der Kurs am Nürburgring so das neue das ist meinatz die Säge und das Besonderes auf der Insel und die Acht es gibt dann noch diese Kakao und die Erzungsverfahren auch noch und die die ersten Sonnenstunden aus dem Lohnen Kreischen Samen machen Alcomen nimmt es nächsten Block mit ich komme aber ich würde als erstes gerne mal die so lange du das machst du mal die Melonen zurück also ich kann sie da an wo die Kürbisse im Moment stehen also wo einer der Kürbisse steht zumindest so wie Kürbis aber die Melonen sind im Moment einfach für den Erfolg wichtiger hier auch noch jetzt kann ich kommen bist du schon da oder wie sieht das bei dir aus einfach nur gerade runter springen bei dem Loch ich bin da Pro ich krieg das hin einfach nur gerade runter springen wow Alter ich hab schon gedacht du verfehlt weißt du darfst dich immer auf dieselben Block wie ich drauf springen weil irgendwann ist dann tot du musst drin sein hier drin aus dem Land ab und das ist Block da brauchen das ist ein Sandblock ich denke wir werden wir craften können so und das mal ab und Kiste äh ne Kiste aber durch das ist das ist ein Zombie drin oder so das ist ein Zombie drin oder so oh das ist ein Zombie das war außersehen das war außersehen in der Kiste das ist ein Zombie in der Kiste oh das ist ein Werfer Alter kommen wir zum nächsten Block wer rauskommt oh da ist ein Zombie wirklich drin nein oh mein Gott wir kommen gerade zum nächsten Block da war im Dispenser war so ein Zombie weil es so eine Redstone Kiste war das ist ein Zombie ausgelöst das ist hier so ein Hals Alter Leute ich baue mich noch zu dem Block Alter mein Hund der begleitet mich lernst du das nicht du darfst nicht auf dem selben Block stehen wie ich oh der Hund der Hund der Hund sorry das hab ich vergessen aber dass ich sie nicht geschlagen habe ja öffnen einfach nicht vollkommen eh zu dir gepostet die Kuh oder der Hund hey ja hier 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 lauf weg dass er sich porten kann lauf weg dass er sich porten das war's zu spät das war's wieder komplett er wurde lebendig begraben oha wir haben hier zwei Kühe die eine die eine steht auf der Schraubgrund ich verbinde mal die Insel ich verbinde mal die Insel miteinander da ist die andere Kuh ja was sollte ich denn machen Mörder du hast gesagt bau den Block her ab ich komm sowieso nach oh Gott der Timer egal wo weiter wir bauen einfach weiter Leute wir haben eben noch ein Block wo manche machen können echt so gut so alter da ist so ganz scharf hier spawnen überall überall welche du sie für das tun heißt oh ich bin grad über Block über die Sieger so runtergeflogen wo können wir noch an den Block ran so grad ich glaube ich war nochmal irgendwo an also ich weiß oh was war so knapp ja das ist die Stelle hier nicht so eklig aber ehrlich gesagt irgendwo unten konnten wir noch einen Block ich weiß es war nicht wo aber oh aber insgesamt sehe ich grad irgendwie voll wenige Blöcke das ist ganz ziemlich an weil das sind ziemlich weit würde ich sagen ja eigentlich schon alter ich bin jetzt grad richtig im Gronk Modus ich kann einfach nicht mehr sprinten deswegen lauf ich jetzt normal durch die die nein nein oh Gott ich sehe es aus dem Augenwinkel haha ich hab's fix ich esse mal ein bisschen von dieser rote Beete oh die heilt ja voll tief ähm mein also Hunger also Hunger so pack ich das mal zurück da kein Block mehr ja ich ich sag's ja irgendwie sind wir schon richtig weit also heute bist du ganz kurz weg gucken ok du musst mal ganz kurz weg gucken ok ähm ich schau mal ich schau mal unten da wo es mit dem Wasserfall runter geht wow alter ich glaube wir haben alle Blöcke oder die Spiegel ne alle Blöcke haben wir auf jeden Fall nicht doch wir haben alle Blöcke das kann doch gar nicht sein doch da sieht haben wir alle Blöcke ne immer dann könnte ich vielleicht doch in Nässe rein da gibt es vielleicht auch noch andere Blöcke ja mal ich würde sagen das war für den Nässe rein weil wir haben hier 1 2 3 4 6 Obsidian ab wir brauchen zwölf äh zwölf ja soweit ich weiß brauchen wir zwölf oha wir haben echt schon dann nennen sie mehr vielleicht kommt bitte wenn wir noch ein paar Folge machen kommen dann die Blöcke kommen dann wieder neue Blöcke aber dieses hier ist auch Eisen überall vielleicht sollten wir uns dann schon mal vorbereiten für den Kampf gegen den Ender Dragon jeden Fall ich weiß nicht aber ganz kurz wenn ich voll viel sacht wo man noch farmen ist also ich in ein ist war noch richtig viel Eis und alles ja das ist ja